Unangenehm Ey Leute, wir hatten es doch vorhin von Tentakeln, oder? Ah, ist das widerlich Boah, Alma wäre voll die angenehme Abwechslung Ich sag's wie es ist Da hat jemand auf dem Fernseher Flüssigkeit verteilt Ich hoffe, da wird keine Flüssigkeit auf mir verteilt Ich sag's wie es ist Oh ja, natürlich geht das hier rein Am Ende müsste so ein Schild sein Please come again Ja genau Boah, ist das widerlich Jetzt hüpf endlich rein Ich weiß nicht mal, wo das Grammophon ist Das ist bestimmt im Arbeitszimmer, oder? Oh, ist das unangenehm Boah, geht gar nicht Erzhaft, das war am Fernseher? Aber warum geht dann die Nabelschnur hier hin? Oh nein Oh nein Hey Da liegt ein Baby Hallo Baby Oh, geht doch nicht so nah ran, Alter Boah Ach, komm schon, Leute Oh, warte, hier ist was anders Oh, warte, hier ist was anders Ich habe ihr Baby Ich habe ihr Baby Verschuldigung Entschuldigung Ist das, Entschuldigung Ist das ihr Baby? Haben sie diesen Lord Voldemort geboren? Tschüss Tschüss Unangenehm Uuuhuund Sie ist weg Toll Komm mal, die Gehen Wieder Schmeiß die mit ihr Es rumt ja Hä? Hä? Was? Ernsthaft? Da hing doch nix Da war doch nur der Haken Wo der Jesus dran hing Lol Das habe ich überhaupt nicht gesehen Ich dachte, da hing einfach nur der Jesus dran Eins, zwei, drei, vier, fünf Aber warte mal Warte mal, warte mal Warum Warum habe ich das Ding dann für das Grammophon Wenn ich doch nur fünf Dinger brauche Um an das Babyding dran zu kommen Hä? Sag mal Danke Aber ich habe gar keine Schallplatte Ja, dann ist mir jetzt auch egal Man kann zwischen den Chaptern vielmehr Bin ich Bin ich zwischen den Chaptern? Bin ich da sicher im Haus? Also passieren nur Dinge, während ich in dem Chapter bin? Oder wie ist das? Nein Schade Das stimmt mir jetzt traurig Ich hatte gehofft, ich wäre einigermaßen Sicher Dann Gut Warum ist diese Tür eigentlich immer so halb auf? Bin ja froh, dass die anderen Türen zu bleiben Ach Oma Pseudomod Ist da wie so Pseudomod? Äh Hatte mich zwischen den Chaptern mehr erschrocken Ah, weißt du was? Komme ich gerade auf dich zu Ah Danke Tschüss Ah 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 Die blöde Kuh! Hallo Nea, hi! Hi, ich hoffe, du hattest einen schönen Dienstag. Wieso seid ihr auf Mission? Es tut mir voll leid für den, gell? Nein! Oh, das wollte ich doch... Ich hab bestimmt irgendwo eins übersehen. Die Tapete ist super, oder? Ich mag vor allem die Bilder, die hier hängen. Das sind richtige, richtige Schmuckstücke. So! Ich würd mal sagen, wir hängen mal die Dinger da dran, wa? Ah, okay. Wie, das Spiel konnte nicht manuell automatisch gespeichert werden. Ach ja, Mensch, Logo, da ist ein Schlüssel drin. Ist der vielleicht fürs Auto, dass ich wegfahren kann? Musikschlüssel? Scheiße, war irgendwo ein Klavier oder so? Ah ne, ich hab sogar alle! Geil! Wofür ist der Musikschlüssel? Wofür ist der Musikschlüssel? Wir müssen das jetzt ein bisschen entschuldigen, das ist eine Woche her. Sag mal, was ist eigentlich mit dem Spiegel hier? Au! Hupsi! Ach, guck mal! Eine LP! Was hat sie mit dem Spiegel eigentlich auf sich? Müsste der jetzt nicht langsamer kaputt gehen? Ach, deswegen ist vorhin nichts passiert, weil die Tür zu war! Sag mal, mit dem... Mit dem Kopf würd ich mal zum Arzt gehen. Alter! Du Arsch! Ich mein, das hab ich mir verdient, das zu gehen. Ach komm! Mega, Oma! Mega! Mach's... Mach's... Dankeschön, Nia! Bleib doch da, wo der Pfeffer wächst! Oh ne, nicht schon wieder! Tschüss! Schön, dass der Penis Sniper Jumpscare war! Ja, oder? Dafür ist er da! Zur Belustigung und zum Erschrecken, wenn's passt! Oh mein Gott, das ist nicht mein Spiel! Warum rastet die jetzt so aus? Die ist sonst nie so ausgerastet! Also... Nicht, dass ich mich beschweren will, ja? Um Gottes Willen! Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber... Ähm... Endlich ist es mal so, wie es sein soll! Du hast ja einfach... Das war nicht tot! Das Baby hat noch gelebt! Jetzt mal hier... Hier... Halblang... Jetzt jubel mir mal nix, ohne was nicht richtig ist! Das Baby war nicht tot! Als er mit seiner ersten Freundin redete... Und dann hat sie gelacht! Du hast Inessi in die Hand gedrückt! Was? Das war weiß-blau ergo tot! Nein, das ist ein Eisriese! Durch die Tür konnte ich noch nicht, gell? Glaub ich... Ähm... 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 Unangenehm... Dann bin ich so drei bis vier mal runtergefallen! Speichern mal eben! Ich darf nicht speichern! Okay, das Ding ist... Der Turm kommt definitiv... Aus... Der Tür! Aber ich hab... Ich muss durch diese Tür, ne? Ich muss dem Sound hinterher! Warum darf ich nicht speichern? Nee, ich darf nicht durch die Tür, hä? Warum nicht? Kannst du sterben? Schlimmer wird's nicht! Ja, doch! Wenn ich hier tot vom Rechner umklappe, ist das blöd! Aber da ist sonst... Keine Tür... Ja, aber ich hör die Schaltplatte ja nicht mehr! Das ist ja das! Ah, schade! Ich dachte, der läuft jetzt da hoch! Ja, das wäre doch viel zu einfach! Mann, Leute, ihr wisst doch, dass ich nicht schlau bin! Hört auf mich zu mobben! Von wo kam ich überhaupt? Von da! Fallschaden? Ich glaub nicht, gell? Hallo, ich bin Tom! Ey! Siehst du die Eule nicht doch, aber sie ist mir egal! Der Sound kommt doch definitiv von da! Hä? Wenn man auf die Fenster achtet, erklärt das die Background-Story! Ist das so? Ja! 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 Hier ist das nicht so... Ich bin verwirrt! Der Sound kommt immer noch von links! Das ist auch definitiv falsch. Die Musik hat gerade eher so ein bisschen was von Mario Galaxy. Die Quizfrage, kannst du dir in den Popo schieben? Ich habe keine Ahnung. Sorry. Weiß ich nicht. Ich dachte, das ist einfach nur ein komischer Raum. Ja, ist ja gut. Ja, definitiv nicht. MC Escher war der Zeichner. Das Bild heißt Relativity. MC Escher. Nee, dass es ein Künstler war und kein Rapper. MC Escher. Meine Rhymes sind viel fresher. Okay, interessant. Mir sagt das überhaupt nichts. Ja, ist ja gut. Das ist ja irgendwie eher was aus der Treppe. Aus der Treppe von Hogwarts. Oh. Von Hogwarts. Ich sitze übrigens total unbequem in diesem Stuhl, weil ich so weit wie möglich von diesem Bildschirm weg sein möchte. Und. Und. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018